moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute die dritte folge von ls ellerbach und ja es sind jetzt mehrere tage vergangen und ich muss gar schon das fällt können wir schon ab also fällt die wiese können wir abnehmen weil ich habe jetzt nicht aufgenommen weil ich gefunden habe dass man nichts interessantes machen können ich habe ich paar tage nicht auf also verspungen und jetzt können wir mal was interessantes machen und ja let's go mit dem richtigen ls ellerbach so so der ist da dann braucht man ihn nicht so offen no die Ich habe mir so gedacht, dass wir ein paar Ballen machen, also ein paar Solageballen und dann noch ein bisschen so Gras einfach, also Heu machen. Also Hälfte Hälfte hätte ich gedacht. Das mit den riesigen Geräten, das ist einfach nicht so einfach. Das muss ich mal. Das ist ein bisschen zu sehen, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Das ist ein bisschen so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ja. Okay, dann haben wir da schon mal. Okay, dann haben wir da schon mal. Und dann mal. Oh, das war's. Der Zerbraum, der geht gar nicht. Und ich hab's. Ich mess mal mal drüber. Und ich hab's. Und das war auch alles für mich. Und dann geht es weiter. Zum Glück ist das eine Kernerin, Guter. Kommen wir mal da rückwärts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.